Du hast ja gerade deine Prüfung zum Koch bestanden. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Wie fühlst du dich? Ja, gut. Erleichtert, dass es jetzt alles um ist und heute Abend wird ein bisschen gefeiert. Und wie war es? Eigentlich entspannter als ich gedacht habe. Ich habe geübt im Betrieb. Es war zeitlich ein bisschen stressig und dann ging es jetzt alles doch ganz gut. Was musstet ihr so machen? Wir haben vor einem Monat einen Wadenkorb bekommen. Da musste man ein drei-gängiges Menü draus schreiben und das dann herschicken und das dann kochen. Und wie geht es jetzt weiter? Was machst du jetzt? Ich bleibe noch zwei Monate im Betrieb und dann ziehe ich Richtung Ostsee zwischen Kiel und Lübeck und da arbeite ich dann für ein Jahr lang erstmal.